Unser Hotel Oberstdorf liegt am Rand von Oberstdorf, mitten in der Natur. Eines unserer wichtigsten Kriterien ist, Tradition trifft Moderne und da tun wir alles, damit sich unsere Gäste sehr wohl fühlen. Mein Name ist Sebastian Reisig, ich bin Chef des Hotel Oberstdorfs, Vierstern S Wellness Hotel in Oberstdorf und kenne Hanspeter Haller schon über zehn Jahre. In unseren Anfangszeiten haben wir zum Beispiel bei mir im Haus acht Zimmer mit Infrarot-Paneele ausgestattet und die Reaktion oder das Wohlbefinden der Gäste abgefragt mit einem sehr guten Erfolg. Inzwischen sind eine Schirmbar, also eine unserer Schirmbars metallischen Infrarot-Paneele beheizt und unsere Oldtimer-Garage, die wir hier im Hotel haben. Meinen Sohn und seine Frau haben inzwischen auch davon überzeugt, dass sie ihr neues Haus, das sie gebaut haben, mit Infrarot beheizen, weil es einfach echt eine coole Geschichte ist. In unserem Wellnessbereich, der sehr transitionsbewusst und sehr auf Gemütlichkeit eingerichtet ist, braucht man natürlich auch heizungstechnisch etwas, was das Ganze unterstreicht und so haben wir in all unseren Wellness-Kabinen alles Infrarot. Damit die Menschen, die auf dem Fliegen liegen, gar nicht merken, dass da eine Heizung ist, sind alle diese Paneele mit Motiven aus den Bergen bedruckt, schauen aus wie schöne große Bilder. So, ich erwarte jetzt meinen Gast zur Massage und ich habe dann direkt die Infrarotheizung über meiner Liege angemacht. Dann spürt man direkt auch schon die Strahlung und die Liege wird warm und der Gast kann sich direkt wohlfühlen, wenn er den Raum schon betritt und sich hinlegt und spürt dann auch schon diese sanfte Wärme von der Heizung und dann kann ich gleich loslegen und der Gast ist schon entspannt. Ein praktischer Nebeneffekt ist, dass zusätzlich unsere Wände von der Heizung erwärmt und als Wärmespeicher genutzt werden und nicht nur zum Wohlfühlen der Gäste beiträgt, sondern eben auch gleichzeitig die Räume beheizt. Wir haben acht dieser Infrarotheizungen hier im Wellness, die ständig in Betrieb sind, die für angenehme Wärme sorgen und als tollen Nebeneffekt auch nur für eine frische Luft, also Infrarotheizungen dienen auch der Luftverbesserung. Die Hallerschen Infrarotheizungen haben auch eine Besonderheit, die unserem Konzept sehr entgegenkommt. Sie sind komplett biologisch abbaubar, also alle Materialien, und durch ihre Bauart auch extrem strahlungsintensiv.